Sehr gut. Wir kommen jetzt zum letzten Künstler des heutigen Abends, Leute. Das letzte Talent hier auf der Bühne. Er kommt ebenfalls aus Hamburg. Das passt ganz gut. Er ist in der gleichen Mitfahrgelegenheit wie Christine gekommen. Hier ist für euch Dennis Grund. Ja, moin moin. Das ist gut. Rothaarige, ne? Das ist ein Thema für sich. Aber ich darf darüber sprechen. Ich habe da studiert. Bin Friseur. Und ich liebe meinen Job. Ich mache das seit 15 Jahren. Aber es sind bestimmte Dinge, die irgendwann mal... Nein. Sprich, Sätze wie, ich hätte gern was Neues, aber bitte nicht so viel abschneiden und keine Farbe. Schränkt ein, oder? Das ist... Das Klassiker ist halt auch, Ach ja, ich hätte gern was Freches. Wer was Freches will, soll sich ein Kind anschaffen. Oder ein Chihuahua. Da haben wir in Ruhe. Es ist... Wir haben viele Mädels heute Abend. Ich habe ein Kryptonit auf der Arbeit. Der zerstört mich täglich. BFFs. Best Friends forever. Oh my God. We are so good. Haben wir sowas hier? Natürlich nicht. Nein. Stand-up schon... Nein, wir haben keine... Dann kann ich offen reden, oder? Best Friends. Was erwartet einen Friseur? Einmal... Du hast einmal eine zahlende Kundin und einmal quatschende Deko. Ja? Und wir wissen, Deko braucht kein Mensch. Das ist... Und bei ihr war es halt so, ne, Klassiker, sie hatte relativ lange Haare und wollte dann halt was Neues. Ich muss dann ständig übergeben. Und bei ihr war es dann halt so, sie sagte, ja, ist auch ein schöner Satz, ich würde ja gern mal kurze Haare tragen, aber ich trau mich nicht. Ich so, warum denn nicht? Ja, mein Freund steht auf lange Haare. Dann soll er sich welche wachsen lassen. Ja? Das ist... Und bei ihr habe ich dann gesagt, ich so, komm, anstatt dieses zwei Zentimeter Schwitzenschneiden, lass uns acht machen. Das hätte wirklich gut ausgesehen. Da hat sie Panik bekommen und dann haben die Händchen gehalten. Beim Friseur. Mädels, das ist ein Haarschnitt, kein Schwangerschaftsabbruch. Ja? Wenn du klatschen willst, klatsch alleine. Das wollte ich sagen. Ja? Habe ich auch. Und bei ihr war es dann so, ich habe dann, wir haben ja keine da, deswegen kann ich offen sprechen. BFFs. Seit 15 Jahren, 90% der Fälle, es gibt immer eine so eine schöne, schlanke und eine nicht. Also, sie ist anders. Ja? Wir sagen, sie ist anders. Ja? Sind wir nett. und ich sage zu ihr, ich so, komm, lass uns ein Pony schneiden. Das wäre was Neues gewesen und das hätte auch gut ausgesehen. Quatsch, steht dicke rein. Habe ich dicke gesagt? Ich meine auch dick. Da freut sich einer. Du bist die Dicke von beiden? Nein. Das ist, Freutag. Und, ich gucke sie an und sie erklärt mir, Pony, mach Pony nicht mehr, das ist nicht mehr modern. und ich gucke sie an und heils Maul. Du auch nicht. Zu meiner Verteidigung. Sie hat angefangen. Aus zwei Gründen. Erstens war sie anwesend. Zweitens hatte sie ein T-Shirt an, das ging ungefähr so bis hier. Und zusätzlich eine Taubstummhose. Das ist eine Leggings, wo sich Lippen bewegen, aber kein Ton rauskommt. Gern geschehen. Und ich gucke sie an und sie erklärt mir, warum nicht und ich gucke sie an und höre nicht zu, weil sie ist eine Frau und denkst so, ich hab dann so festgestellt, das ist so eine, du guckst die Hand und denkst so, du drehst beim Tetris auch Quadrate. Ja. Kategorie Mädel, du gehst am Wochenende in den Club, nimmst sie mit, die passt auf die Jacke auf. Das ist, ja. Und dann, ich bin der Meinung, Händchen halten bei Best Friends, ich krieg ja keine Bestätigung, sind ja keine da, ist so eine Art Avatar-Verbindung. Ja. Dicke, Dicke sagt so, das Mäuschen sagt, oh Pony, zock kurz und sagt, nee, nee, hatte ich auch schon. Ich so, ja, aber jeder schneidet anders, Technik, Mode, bla bla bla. Und dann sagt sie, ach nee, das stand mir nicht. Ich so, ja, wie lange ist das her? Ja, das sah echt beknackt aus. Ich so, wie alt warst du denn? Ja, vier. Was machst du mit solchen Kunden? Schlagen darfst du sie nicht mehr. Gebt kein Trinkgeld. Dann ist das immer schwierig, weil ich muss halt auch aufpassen, was ich sage. Wenn ich dann zum Mädel gehe und sage, soll ich die schon mal durchbürsten? Oder machst du es dir heute selbst? Die schönste Antwort, die ich bekommen habe, war, ja, mach mal, hat schon lange keiner mehr gemacht. Die Antwort kam vom Freund. Ich habe die Bürste geholt. Und da ist dann zum Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her, kam jemand an und sagt so, machst du auch Kinder? Ja, für Geld. Dankeschön, das war's von mir. Dennis Kron. Aus Hamburg, Dennis Kron. recognizes, das war's von mir. was ich 결bound. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.